Laufschuhe angeschnallt, Hockeyschläge eingepackt und endlich wieder an die frische Luft. Der sportlich wilde Sonntagsausflug an deinem Sportwochenende auf deinem Hauptstadtsender. Den Schweinehund überwinden und die Neujahrsvorsätze fleißig umsetzen. Beim 19. Altstadtlauf durch Küpenick gehen Läufer zwischen 11 und 80 Jahren an ihre Grenzen. Sport für die ganze Familie. Ein Familienfest wird es beim Berliner Hockeyclub eher nicht. Dafür werden beide BHC-Teams endlich wieder freigelassen und die sind auf Angriffskurs. Die Mädels knüpfen sich die Königinnen der Löwen vor. Auf sie wartet nämlich die Eintracht aus Braunschweig. Und für die Jungs geht es gegen den TC Blau-Weiß um die Krone der Hauptstadt. Dieser goldene Kopfschmuck heiß umkämpft, also angeschnallt und reingeklickt. Naturburschen, Löwenbezwingerinnen und Wächter der Berliner Krone siehst du am Sportwochenende natürlich nur hier. Auf deinem Hauptstadtsender Hauptstadtsport TV. Klick rein!